Weil der Sport verbindet, weil ganz viel Ehrenamt im Sport stattfindet und weil es wichtig ist, die Menschen und auch den Sport und die dort Tätigen zu unterstützen. Und wir als Hessischer Landtag, wir wollen das natürlich auch nach außen transportieren und deswegen sie auch hier in den Landtag einladen, um mit ihnen eben auch in Austausch zu kommen und auch die Wertschätzung zum Ausdruck zu bringen. Der Sport lebt natürlich übermäßig davon, dass Menschen sagen, ich mache neben all dem, was ich so zu tun habe, neben meinem Job, neben meiner Familie, eben auch möglich, dass andere Leute Sport treiben können. Das sind die Leute, die wirklich unsere Gesellschaft zusammenhalten. Da kommt so viel zusammen, was Vereine für die Gemeinschaft leisten. Wir betrachten natürlich den Landtag so als die Herzkammer der hessischen Demokratie und genauso ist aber auch für unseren Staat, für unser Gemeinwesen, für unseren Zusammenhalt und für die Demokratie das wichtig, was vor Ort in den Vereinen passiert. Nämlich gerade mit jemandem unterhalten, der ganz aktiv ist im Bereich Sport integriert und das ist natürlich auch was für gesellschaftlicher Zusammenhalt passiert. Und ich glaube, dafür sind Abende wie heute, aber auch allgemein der Sport, die Sportförderung, die Unterstützung des Landes für diese ehrenamtlichen Strukturen total wichtig. Und die Sportfamilie hier in Hessen ist eine hervorragend funktionierende Sportfamilie. Man hat es daran auch gesehen, wie gut man durch die Corona-Zeit gegangen ist, wie Politik und Sport Hand in Hand gearbeitet haben. Das ist hier eine ganz tolle Gelegenheit, wieder Menschen zu treffen, Sportler zu treffen, die sich engagieren und in ihren Vereinen das Leben in ihren Gemeinden, in den Städten organisieren. Das ist ein ganz toller Abend. Also es ist das gesellschaftliche Leben in Hessen. Und dass es jetzt nach Corona endlich so eine große Veranstaltung im Landtag gibt, ist natürlich besonders schön.